Ein Detail, bei dem ich in Strategie-Workshops drauf achte, hat mit den Post-its zu tun. Auch ich als Digitaler verwende die. Natürlich, da hängen die ganzen Wände voll, nur die können entweder so da hängen, abstehend, oder sie liegen schön an. Was macht den Unterschied, wie ich das Ding abreisse? Entweder ich reisse es so ab, dann sieht man hier, ist es gerollt und steht eben ab, oder ich reisse es gerade ab, so. So, und dann habe ich nachher ein weniger gerolltes, anliegendes Stück Post-it, das in der Wand hat. Ein Detail, klar, ich wurde gebeten, das hier mal zu zeigen. Würde mich natürlich interessieren, in den Kommentaren, auf welches Detail ihr bei Workshops achtet.